Ja, ich wusste ja, dass du mich schaust. Auf jeden Fall, ich muss was essen. Ich stehe mal vor alle anderen könnten nur so schlagen, wie man halt bei der sie schlägt, sondern du könntest so schlagen wie bei GTA oder bei Tekken oder bei Tekken. Tekken oder Mortal Kombat X. Ja, weißt du, der schlägt sich einfach nur so ganz harmlos, weißt du, guck mal, und du reißt sofort Killkopf aus, steckst du in den Mund. Die Mann. Die ist zum ersten Mal, die geht der mal raus. Drei, zwei, eins. Kippen! Oh, ich sehe dich nicht mehr. Scheiße! Ja! Warte, warte, bis ich wieder da bin. Scheiße! Ich nehme da... So. Ach so! Kannst wieder kommen. Aber wie? Nichts. Kannst wieder kommen. Was hast du denn gemacht? Ja, nichts. So, warte. Erstmal vor... Ach so, du hast mich erst ausgezogen. Du Schlabiner. Schäm dich, du Nackedei. LOL! Er hat mich einfach einmal gehauen. Machen wir nochmal warten? Ja, natürlich machen wir das nochmal. Aber diesmal muss ich mich erst ein bisschen ausruhen. Ich muss mich ja erholen. Warte, erst eben. Ich muss mich eben ausruhen, warte. Warte. Okay. Das machen wir mal mit richtig Choreo... Choreografie, Junge. Ich bin schwarz. Ich halte nervig. Ey, noch nicht! Ey! Du Schlabiner! Warte! Ja! Ja! Noch nicht! Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Lass mal... Auf einmal wieder warte, weißt du? Ich wollte eigentlich gerade sagen, lass mal nur auf den Körper machen. Und das waren so richtig, weißt du? Schönen Kopftreffer. Lass mal nur so auf Körper. Ey, nur so auf Körper, Junge. Junge. Ob du jetzt nochmal aufstehst, weiß ich gar nicht. Glaube ich eher nicht. Oh, da! Du bist hart im Nehmen. Einschlag und du liegst. Warte, warte mal, warte mal. Kannst du dich mal so umdrehen? So. Einmal. Ich möchte dir immer auf den Popo hauen. Warte. Ganz nah, damit ich auch kein... Hey! Warte mal. Okay, jetzt nur auf den Körper, oder? Oder nur auf die Beine. Ist ja egal. Einfach hauen, oder? Nur auf die Beine. Ey, du hast noch den Kopf. Au! Ey, Junge, du haust mich einmal. Ich bin sofort angekommen. Und wer ist denn das? Jetzt haut meiner die ganze Zeit. Toll. Es rennt wieder hautend durch die Regen. Oh, Mann. Ich bin mal gespannt, wie lange ich das noch machen kann, ohne dass ich gestorben bin. Bei mir wird alles grau. Ich werde sie nicht sterben jetzt. Ich war schon grad so übel hungry und so. Außerdem tut mein Fuß weh. Ja, weil ich die ganze Zeit auf dich drauf haue. Ey, haust du immer noch auf mich drauf? Ja, das buggt hier irgendwie. Warum kann ich eigentlich nicht auf? Ey, hau mal woanders hin. Alter, ich starre. Ich spring jetzt hier runter, komm. Nein, 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 warte. Vielleicht überlebe ich das. Jetzt bin ich tot. Echt jetzt? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020